In diesem kurzen Python Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du mit PyInstaller deine Python-Programme zu ausführbaren Dateien umwandeln kannst, sodass du sie nicht immer über die Entwicklungsumgebung Pyjarm hier zum Beispiel ausführen musst, sondern einfach eine .exe-Datei im Endeffekt hast. Dazu benutzen wir ein sehr einfaches Kommandozeilentool namens PyInstaller und dieses installieren wir uns am besten jetzt einfach mal. Zum Installieren gehst du einfach in deine Kommandozeile und schreibst pip install pyinstaller. Dann drückst du Enter und dann wird PyInstaller installiert. Das kann jetzt eine Weile dauern und wenn das fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt also mit pip pyinstaller installiert und jetzt wollen wir dieses einfache Programm hier zu einer ausführbaren Datei umwandeln. Das Programm ist sehr simpel, wir nehmen hier einfach nur einen Namen entgegen und diesen Namen grüßen wir dann. Und dann haben wir hier noch ein leeres Input, damit wir den Namen im Endeffekt auch wirklich noch oder beziehungsweise die Ausgabe hier im Endeffekt auch noch in der Konsole sehen können und diese sich nicht gleich wieder von selbst schließt. Wie machen wir das jetzt also? Ganz einfach, wir gehen wieder in unser Terminal hier rein und schreiben hier jetzt einfach pyinstaller-onefile, um eine ausführbare Datei quasi daraus zu machen. Und dann sagen wir hier noch, welche Datei die Hauptcode-Datei ist, also unsere Main-Datei ist. Also die Datei, mit der quasi unser Programm gestartet werden soll. Und das ist unsere Main.py-Datei. In der steht auch dieser Code hier drin. Und ja, jetzt drücken wir einfach Enter und jetzt kann das Ganze hier eine Weile dauern. Hier wird jetzt unser Programm zu einer ausführbaren Datei verarbeitet. So, und wenn hier jetzt nach einer kurzen Wartezeit steht, Building exe from exe00.hoc completed successfully, dann wurde unsere ausführbare Datei auch erfolgreich erstellt. Und diese wollen wir jetzt einfach mal suchen. Das ist auch ganz einfach. Wenn wir mit Pyjarm arbeiten, gehen wir dafür einfach in unseren Projektordner, den sehen wir ja hier an der Seite. Und da klicken wir jetzt einfach mal mit der rechten Maustaste auf diesen dist-Ordner, dann auf Open in und dann auf Explorer. Und dann wird unser Projektordner im Windows Explorer geöffnet. Und hier drin sehen wir jetzt diese Ordner Build und Dist. Und diese beiden Ordner wurden gerade von PyInstaller erstellt. Und in diesem dist-Ordner befindet sich unsere Main.exe. Das ist unser ausführbares Programm. Und wenn ich das jetzt einfach mal doppelklicke, dann öffnet sich dieses Programm auch. Das ist das Programm, das wir hier geschrieben haben. Ich kann hier meinen Namen eingeben. Einfach mal Janek. Und dann steht hier Hallo Janek. Und diese exe-Datei, die kann ich jetzt überall hin verschieben und sie jederzeit ausführen, wann ich das möchte. Und so erstellt man mit PyInstaller ganz einfach eine ausführbare Datei. Zusammengefasst ist es also ziemlich einfach. Zuerst installierst du mit pip install pyinstaller, ja das Programm pyinstaller. Und dann kannst du pyinstaller, minus minus one file und dann eben deine Python-Datei schreiben. Und daraus wird dann eine ausführbare Datei gemacht. Wenn du mehr über Python oder auch viele andere Programmiersprachen lernen möchtest, dann schau dir mal Programmieren starten Premium an. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit bekommst du einen Zugriff auf all unsere super umfangreichen Programmierkurse, die von Einsteigerkursen bis hin zu fortgeschrittenen Kursen reichen. Darin lernst du die unterschiedlichsten Programmiersprachen und Frameworks kennen. Und wenn du schnell ein, ja guter Programmierer werden möchtest, dann guck dir das unbedingt mal an. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere unbedingt diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Programmieren. Auf Wiedersehen.